Tag hier mein lieben Tiroler und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich Tronium. Und zwar ist es nur ein ganz gutes Video, ich wollte nur einmal kurz ansagen, dass jetzt alle Teamplätze und Soloplätze voll sind. Soloplätze kann sich keiner mehr für bewerben, aber für Teamplätze gibt es noch Ersatzteamplätze, das heißt, dass sich die Spieler jetzt noch für ein Ersatzteam bewerben können. Das sind nämlich Teams, die am Start jetzt nicht dabei sind, also falls Teams ausfallen, können die dann das Team ersetzen. Deswegen könnt ihr euch auch noch bewerben, aber wie gesagt, könnt ihr jetzt nicht mehr so viele Ersatzteams bewerben. Und wir sind jetzt insgesamt 60 Spieler, 48 Teams, 10 Solo-Spieler. Ja, ich habe das ein bisschen geändert, weil ich einfach ein paar mehr Spieler noch haben wollte, damit wir auch, falls jetzt zu wenig Leute da sind, noch ein paar genug Leute sind. Und dann gibt es noch einen Ehrenplatz für die Gewinner, also für Narvex jetzt und seinen Teampartner. Und ja, das wäre es auch von diesem kleinen Infovideo. Heute oder morgen oder auch übermorgen kommt noch ein Video mit Narvex online, könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und joint meinem Discord und ciao Kowski. Anmeldeformular für Ersatzteams ist übrigens, by the way, auch noch in der Videobeschreibung. Dann, ciao. Kowski. Abonniert mich.